Ja, meine Damen und Herren, die Vatikanische Glaubenskongregation verneint erneut die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Das hat natürlich wieder für einen Ansturm, für Aufruhr gesorgt und unser Wormser Dombrobst oder der Probst am Dom zu Worms, Tobias Schäfer, hat sich mehr oder weniger dazu geäußert. Das jetzt, bevor ich mit ihm spreche, vorab. Die Kirche habe nicht die Vollmacht, Verbindungen von personengleichen Geschlechts zu segnen. Es sei nicht erlaubt, Beziehungen oder selbst stabilen Partnerschaften einem Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen, wie dies bei Verbindungen von personengleichen Geschlechts der Fall ist. So sagte es die Glaubenskongregation in einer Stellungnahme vom heutigen Tag. Ich glaube es ja nicht, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Stellungnahme aus Rom macht mich wirklich fassungslos. Wenn die Kirche keine Vollmacht mehr hat zu segnen, wer immer sich nach dem Segen Gottes sehnt, hat sie da nicht ihre ureigenste Aufgabe aufgegeben. Segen ist doch kein Instrument für moralisches Urteil, sondern die Zusage, dass Gott da ist, dass er mit uns geht, in guten und in schweren Stunden. Was für eine Hybris zu glauben, wir müssten Gott vor sündigen Situationen schützen. Wir müssten den Segen Gottes schützen, damit er nur ja nicht die falschen erreicht. Den Gott, der Mensch geworden ist, der in diese sündige Welt hinabgestiegen ist. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, sagt Gott zu Abraham. Wo die Kirche glaubt, sich zur Wächterin über den Segen Gottes machen zu müssen, da ist sie nicht länger Segen für diese Welt. Und ehrlich, müssten wir, die Kirche, die Priester, die Bischöfe, müssen wir nicht die Ersten sein, die heilfroh sind, dass Gott auch die Sünder segnet. Gerade in dieser Zeit, in der die sündigen Seiten der Kirche so offenbar geworden sind. Und damit kein Missverständnis ist, ich glaube nicht, dass Schwule, Lesben, Transgender und so fort, dass das alles sündige Menschen sind. Das sind Menschen, die von Gott geliebt sind, so wie jeder liebende Mensch auch und die unter dem Segen Gottes stehen. Ich habe als Priester meinem Bischof und damit der Kirche oder besser gesagt Christus selbst einst Ehrfurcht und Gehorsam geschworen. Und dazu stehe ich mit voller Überzeugung. Und doch gibt es gerade um diesen Gehorsamswillen auch einen Punkt, wo ich sagen muss, den Segen Gottes zu spenden, wer immer ihn braucht, erbittet, ersehnt, das kann und werde ich mir von niemandem verbieten lassen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ja, Herr Schäfer, ich darf Sie hier willkommen heißen in unserem Studio und freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, ich sage jetzt einfach mal, manche werden denken, Palastrevolution. Was wollen Sie mit Ihrem Statement vor allen Dingen vorrangig bewirken? Also wer mich kennt, der weiß, dass ich alles andere als ein Revoluzzer in der Kirche bin. Aber mich hat an diesem Tag, als diese Veröffentlichung kam, mich hat das wirklich so wütend gemacht, so entsetzt und fassungslos, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich muss da jetzt reagieren und ich muss auch meinerseits Stellung beziehen. Also es war schon auch ein Stück eine spontane Aktion gewesen, eine spontane Entscheidung gewesen und jetzt nicht reflektiert im Sinne von, was will ich jetzt in der Kirche damit auslösen, bewegen, in Gang bringen, sondern mir war es wichtig, meinen Standpunkt an dieser Stelle deutlich zu machen. Ja, aber der Standpunkt der Kirche, der war ja nicht neu. Das ist ja schon länger Fakt oder schon immer Fakt, dass die Vatikanische Glaubenskongregation sagt, nein, bei der Segnung für homosexuelle Paare. Ja, natürlich kann das eigentlich die Haltung von Rom jetzt niemanden völlig überraschen, aber dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt, zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade auch hier in der deutschen Kirche, aber auch an anderen Stellen am Ringen sind nach Wegen, wie sich Kirche auch verändern muss, um in dieser Zeit, in dieser Welt Menschen, die von dieser Zeit auch geprägt sind, die frohe Botschaft nahe zu bringen. Wir haben hier den Synodalen Weg, wir ringen wirklich an verschiedenen Stellen. Dann ist gleichzeitig der Missbrauchsskandal, wo scharenweise die Leute aus der Kirche austreten. Wenn wir nur das Erzbistum Köln sehen. Ja, da gibt es keine Termine mehr für Kirchenaustritte. Und dann wird hier die nächste Baustelle aufgemacht und wir treiben die Letzten, die noch treu zu uns stehen, aus der Kirche raus. Und es ist für mich ja ohnehin schon fast ein Wunder, dass es noch homosexuell geprägte Menschen gibt, die zur Kirche stehen und die sagen, ich trete nicht aus, mir ist das wichtig. Und denen sagen wir jetzt auf diese Weise so deutlich, also wir können eigentlich mit euch nichts Rechtes anfangen. Also das hat mich wirklich in dieser Situation auch so aufgebracht und so fassungslos gemacht. Ja, und ich denke gleichzeitig eben auch an unsere Gemeindemitglieder selber, also die mittlerweile sich rechtfertigen müssen, dass sie überhaupt noch in diesem Verein sind. Mein Bruder hat mich angerufen, der Lehrer ist an einem Gymnasium, der sagt, was soll ich denn meinen Schülern und meinen Schülerinnen erzählen? Da sind auch welche dabei, die schwul sind, die lesbisch empfinden. Was soll ich denen erzählen? Wie soll ich denen denn noch glaubwürdig vermitteln, dass es sich lohnt, in der Kirche zu sein? Der Vatikan begründet das doch allerdings damit, dass die Ehe ein Sakrament ist. Die Ehe zwischen Mann und Frau. Und die Partnerschaft unter Homosexuellen, also Mann-Mann oder Frau-Frau, entspricht nicht der Ehe, dem kirchlichen Sinne nach, also nicht dem Sakrament. Sakramente sind ja ganz oben angesiedelt. Was ist, wenn wir jetzt dieses eine Sakrament mal so ein bisschen angratzen, fallen lassen mit den anderen Sakramenten? Darum geht es mir ja auch gar nicht. Also die Ehe, so wie wir als Kirche Ehe verstehen, ist eine Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau, und zwar eine exklusive und unauflösliche Lebensgemeinschaft. Aber wir müssen doch wahrnehmen, dass es in unserer Lebenswirklichkeit auch alle möglichen anderen Formen von Partnerschaften, von Leben miteinander gibt, und die sind doch nicht alle per se Sünde. Also das anzuerkennen und da zu sagen, da muss es auch Formen geben, denen zuzusagen, ja Gott geht auch euren Weg mit euch und nichts anderes bedeutet ja Segen. Also da müssen wir, glaube ich, als Kirche ran. Ja, also nicht mehr an den alten Prinzipien festzuhalten, die vielleicht auch durch die Bibel begründet sind, sondern einen neuen Weg gehen, der sagt, okay, es ist halt mal vor 500 Jahren diese Glaubenskongregation ins Leben gerufen worden, dann war sie mal ausgesetzt, dann ist sie wieder da, aber sie darf nicht das alltägliche Leben der Kirche vor Ort bestimmen. Ja, unser Verständnis von Wirklichkeit verändert sich ja. Vor 100 Jahren noch hätte jeder, nicht nur in der Kirche, jeder gesagt, Homosexualität ist eine Perversion, ist irgendwas Krankhaftes. Also das Bild, dass das irgendwie zu heilen ist, weil es halt eine Krankheit ist und wie jede andere Krankheit auch, muss man da dran gehen und muss die irgendwie heilen und umpolen, das ist ja noch nicht so lange vorbei. Das ging ja bis ins 20. Jahrhundert hinein. Eben, aber heute wissen wir, das ist eine Prägung, die einfach vorgegeben ist. Das ist keine Krankheit und es ist eine Spielart des Lebens. Und das sagt uns alle Wissenschaft heute völlig klar und das muss ich doch auch als Kirche dann irgendwann mal anerkennen und muss sagen, also wenn der liebe Gott das so eingerichtet hat, dass es Menschen gibt, die so empfinden und so fühlen und so sind, dann kann ich doch nicht sagen, da hat der liebe Gott einen Fehler gemacht. Der Vatikan sieht das scheinbar nicht so. Ja, noch nicht, hoffe ich. Sie sind ja nicht der Einzige, der dieser Aussage widerspricht. Wurden Sie schon kontaktiert von Kollegen oder gar vom Bischof Peter Kohlgraf, dass da irgendwie was schon im Gespräch war? Oder wie haben Sie die Statements, es waren ja unheimlich viele Kommentare auf Ihre Veröffentlichungen in Facebook, da haben ja auch viele Kollegen gesprochen. Wie stehen die dazu? Ich habe ja schon gesagt, ich habe das nicht vorher reflektiert und überlegt, was das alles auslöst und so und war selber dann schon ein bisschen überrascht und überfahren, wie schnell und wie weit verbreitet das geht, dass da also innerhalb von zwei Tagen jetzt über 600 Kommentare passiert sind. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht und sehr, sehr viele, die positiv sind, die das unterstützen, die das genauso sehen. Und natürlich habe ich auch eine ganze Reihe Rückmeldungen bekommen von Mitbrüdern, von Kollegen und wusste ja auch schon, also das weiß ja jeder, dass das an vielen Stellen längst Praxis ist, dass wenn ich als Priester angesprochen worden bin von einem schwulen Paar, die um ein Segen gebeten haben, dann habe ich denen das ja nicht verweigert und so haben das viele andere ja auch gemacht. Also insofern hat mich nicht überrascht, dass es viele gibt, die das genauso sehen. Aber wir haben halt, es geht mir ja auch so, ich habe auch aus Loyalität meiner Kirche gegenüber immer gesagt, das muss aber eben ganz privaten und diskret und da reden wir nicht drüber. Und vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt, wo man auch mal aufstehen muss und sagen muss, also Freunde, hier muss sich was ändern. Können wir erwarten, dass, jetzt nicht unbedingt der Vatikan, aber das Bistum, dass das sie zum Rapport ruft, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen? Mal so ausgedrückt? Also bis jetzt hat sich vom Bistum noch niemand bei mir gemeldet. Ich nehme zumindest wahr, auch aus den Äußerungen, die unser Bischof gemacht hat, dass er jemand ist, der selber sieht, dass an vielen Stellen sich was bewegen muss, dass wir im Dialog sein müssen, auch mit dieser Welt, mit dem, was man so landläufig manchmal Zeitgeist nennt. Also was ja auch eine Form ist, wie wir wahrnehmen, wie die Welt eben tickt als Kirche. Und damit müssen wir in Dialog gehen. Und das nehme ich bei unserem Bischof zumindest wahr. Es gibt unterschiedliche Äußerungen, auch in Deutschland von den Bischöfen. Mich erschreckt, wenn ich sehe, wie es in der Weltkirche ist. Afrikanische Bischöfe, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben und die fordern, dass die Gesetze wieder verschärft werden müssen gegen Homosexuelle in Asien, nicht anders. Und dass Kirche sich da sozusagen zum Handlanger machen lässt für homophobe Geschichten, das ist mir so zuwider. Und das ist so gegen mein Verständnis, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, dass wir da, glaube ich, wirklich auch dran müssen. Ja, im Prinzip kam da ja auch zuerst der Gesetzgeber, der Ehen unter homosexuellen Partnern zuließ, erlaubte. Und dann kamen mehr oder weniger jetzt Sie und Ihre Mitstreiter. Dass die Meinung schon die ganze Zeit, Sie sagten es ja, dass die Tendenz schon die ganze Zeit eine andere war. Ja, gut. Das Blatt kann man aber nicht mehr wenden, das ist jetzt so. Ja, aber nochmal, mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, wir müssen jetzt auch als Kirche Eheschließungen für Homosexuelle ermöglichen. Wir müssen eine eigene Form finden für diese Lebenspartnerschaften, die da entstehen. Für liebende Partnerschaften muss es eine Form von Segen geben. Und wir müssen aus dieser Denke rauskommen, die ja auch aus diesem vatikanischen Dokument spricht, dass alles an Sexualität, was nicht innerhalb einer Ehe sich abspielt, automatisch Sünde ist, wo Menschen verbindlich in Liebe füreinander da sind. Das kann in meinen Augen nicht Sünde sein. Ist außerdem absolut veraltet, das ist ganz klar. Das ist nicht zeitgemäß, wenn man von zeitgemäß überhaupt sprechen kann. Liebe ist ja nicht an Zeit gebunden. Jetzt, es hat natürlich auch viele Likes und viele Teilungen dieses Statements auf Facebook gegeben und ja natürlich auch für YouTube steht es auch, von Personen, die vielleicht gedacht haben, ja, das ist der Beginn einer Wende der katholischen Kirche. Jetzt, so fängt es an. Ich habe am Anfang das Wort Palastrevolution benutzt. Was haben Sie denn, Herr Schäfer, als Nächste vor, so zu sagen? Also nochmal, ich bin nicht der Revoluzer-Typ. Also ich bin jemand, der wirklich mit beiden Füßen in seiner Kirche steht und der diese Kirche auch liebt und für diese Kirche auch einsteht. Und ich bin jetzt auch nicht in allen Punkten auf Revolution aus. Ja, aber auf Gerechtigkeit. Aber auf Gerechtigkeit und ich glaube, wir müssen in allen Fragen immer wieder schauen, wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen, was ist in seinem Sinne das Richtige und wie können wir das in unsere Zeit hinein übersetzen und transportieren? Damit die katholische Kirche nicht den gleichen Weg geht, wie so mancher Männergesangsverein. Wir haben, glaube ich, schon mal das Beispiel gebraucht. Die Austritte sind horrend momentan. Man macht sich richtig Sorgen. Unser Weihbischof hat bei der Segnung auf dem Bobenheim-Ruxheimer Weiher hat mir mal eine Predigt gehalten, die mich sehr berührt hat. Er hat gesagt, wir sind nicht mehr so viele und wir werden immer weniger. Und wir werden sehr, sehr wenige sein irgendwann mal und gar nicht so weit hin. Aber die Eucharistie und die Evangelien, die sollten wir beibehalten. Weshalb ich das jetzt sage, wir sprachen davon, die Mitgliederzahlen der katholischen Kirche gehen zurück. Wir sprachen auch schon in einem anderen Interview darüber, wie man das stoppen kann. Da ist natürlich sicherlich nicht hervorragend, dass, ich sage jetzt nur das Erzbistum Mainz, Köln, Entschuldigung, ich bin nur so auf Mainz zentret, Erzbistum Köln zum Brechner ist es keiner. Was da jetzt an Gutachten an den Tag gekommen ist, das ist ja auch nicht so förderlich für die katholische Kirche. Also natürlich ist diese ganze Missbrauchsthematik nicht nur nicht förderlich für die katholische Kirche, sondern das ist ein Skandal sondergleichen. Und da braucht man auch nicht drum herum zu reden. Also das hätte ich mir auch selber in diesem Ausmaß nie vorstellen können, dass es auch in unseren Reihen Verbrecher gibt. Das sind auch alle nur Menschen. Natürlich gibt es die auch in unseren Reihen. Aber Menschen, die eine Moral zu lieben haben. Ja, aber dass es das in diesem Ausmaß deswegen innerhalb von Kirche gegeben hat und gibt, das hätte ich mir nie ausmalen können. Und das ist erschütternd, das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite muss man auch bei diesem Kölner Beispiel auch gucken, dass man Gerechtigkeit walten lässt, auch gegenüber dem Erzbischof und den Verantwortlichen. Also da gab es in den letzten Wochen und Monaten einen unglaublichen Druck, weil der Eindruck entstanden ist, da wird irgendwas vertuscht. Und jetzt liegt das neue Gutachten vor, benennt die, die wirklich auf Verantwortung tragen, dass manches unsauber gelaufen ist im Umgang mit Tätern, im Umgang auch mit den Opfern, dass die nicht gehört worden sind. Aber es sagt eben auch, der Erzbischof selber hat sich an dieser Stelle offensichtlich nichts zu schulden können lassen, jedenfalls nach Aktenlage nicht. Das muss man dann auch ehrlicherweise wahrnehmen. Also er hat viel Prügel jetzt eingesteckt. Das ist jetzt unabhängigerseits so festgestellt worden. Auch das muss man ehrlicherweise dann wahrnehmen und darf nicht jetzt einfach, um da irgendeine Genugtuung oder Rache zu üben, müssen da jetzt Köpfe rollen, egal welcher. Also da muss man schon dann auch differenziert hinschauen. Jetzt mal mehr oder weniger eine persönliche Frage, Herr Schäfer. Sie sind Priester geworden aus einer inneren Überzeugung heraus, weil sie Gott lieben. Dazu zählt natürlich noch ein großer Teil Idealismus dazu. Man verzichtet ja auch auf einiges. Schwindet der Idealismus, schwindet ihr Glaube, wird ihr Glaube geringer durch solche Vorkommnisse, dass sie sich sagen, Gott ist allmächtig, aber trotzdem lässt er so etwas zu. Wie kann das sein? Nein, aber das gehört ja eigentlich zum Kern unseres christlichen Glaubens, dass wir an einen Gott glauben, der nicht einfach sozusagen sagt, ich radiere jetzt die Menschheit aus, weil mit der ist sowieso nichts mehr anzufangen und mache was Neues, sondern dass er uns zutraut, mit unserer Freiheit es selber in den Griff zu kriegen. Dass er uns immer wieder ermutigt, dass er uns dafür auch seinen Segen und seine Kraft gibt, aber dass er nicht selber eingreift und uns damit ja die Freiheit auch nehmen würde. Er traut uns das zu. Und die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass wir auch ertragen müssen, dass immer wieder vieles schief geht in dieser Welt. Ja, also die einzige Aussprache, warum macht Gott nicht, die kann nicht immer als Joker herbeigezogen werden. Man muss sich selbst sagen, was kann ich tun? Ja, also das ist eigentlich das, wie ich auch meinen Glauben verstehe, dass Gott uns vorgelebt hat in Jesus Christus, wie es gehen kann und immer wieder ermutigt, uns auf diesen Weg zu begeben. Das gelingt auch mir, mal besser, mal weniger gut, aber wir müssen da permanent drum ringen. Herr Schäfer, trotzdem sehen wir das als schöne Worte zum Abschluss unseres Gespräches. Ich darf mich nochmals recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so kurzfristig Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen und drücken Ihnen für Ihre Arbeit und alles einfach nur die Daumen. Wir schaffen das. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne.